Hallo Sportfreunde und ein herzliches Willkommen zu Let's Play FIFA 13. Verdammt, es geht endlich los mit dem Fußballspektakel, die Saison beginnt, aber erstmal mit einem Freundschaftsspiel, oder Timbo? Ja, das ist mir erstmal egal, was das für ein Spiel ist. Ich bin froh, dass ich endlich wieder zocken kann. Das Warten hat auch für mich ein Ende. Du hast ja zumindest schon mal ein paar Minütchen mit Gronkh angezockt, hast schon die ersten Eindrücke gewinnen können. Bei mir ist das ja nicht so. Ich bin heiß wie Frittenfett. Freundschaftsspiel, Saison, Weltmeisterschaft, egal, Hauptsache FIFA 13. Genau, FIFA 13 wird jetzt fleißig gezockt. Es gibt natürlich allerhand Änderungen, auf die wir jetzt hier bei diesem Freundschaftsspiel nicht so groß eingehen. Wir zeigen euch das Freundschaftsspiel, damit wir euch vor Release des Spiels am 27. September direkt noch ein kleines Spielchen präsentieren können. Und dann geht es nämlich los mit dem 1. FC Mugambe, den wir gerade am erstellen sind. Mit Logo und allen weiteren Schnickschnack. Das wird richtig fresh, oder? Ja, da warten auf jeden Fall einige Überraschungen. In Bezug nochmal zur letzten Saison. Wir waren schon verdammt hochkarätig besetzt beim 1. FC Köln. Wie zum Beispiel Lukas Borolski, den wir hier gerade sehen. Er war ja noch beim FC letzte Saison. Ist jetzt in London. Aber rein von den Namen her betrachtet, ist der 1. FC Mugambe nochmal eine Nummer drüber. Absolut. Saison. Genau. Mal kurz, sollen wir direkt zur Mannschaftsaufstellung rüber? Ja, gerne. Okay, Chelsea spielt mit Tschechien im Tor. Da war davor Sanja, Koscielny, Vermalen, Gibbs, Mikel, Ateta, Diaby, Santi Casola, Walker, Giroud und Lukas Borolski vorne. Müssen wir den eigentlich jetzt immer noch ansagen? Lukas Borolski! Ja, ist die Ehrensache. Lukas Borolski. Eigentlich brauche ich die anderen nicht, da steht Lukas Borolski. Deswegen spielst du die jetzt auch, ne? Also Arsenal ist durch Lukas Borolski jetzt deutlich sympathischer noch geworden. Warum ist denn immer ein sympathischer Verein? Man kann ja mal sagen, dass wir auch mal privat damals so eine ganze Saison mit Arsenal gezockt haben. Bei FIFA 2009 oder 2010 oder so war das, ne? Noch davor wahrscheinlich. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Irgendwie sowas. Naja, wir wollen mal loslegen hier. Profi, 6 Minuten Heiter. Wir spielen erstmal mit Profi, denn sonst ist das alles andere als Heiter bis Wolkig, ne? Ja, das ist eher Wolkig dann, ja. Naja, also ich hoffe, dass wir uns nicht so schlagen wie letztes Jahr. Bei FIFA 12 haben wir ehrlich gesagt nicht so die Stärksten. Nö, das geht. Also ich muss ja sagen, die letzten FIFA-Spiele habe ich gewonnen. Das kann ich jetzt natürlich nicht garantieren, weil ich habe ja immer noch keine Ahnung. Jetzt hast du das natürlich übersprungen. Ja. Aber man sieht schon. Wir haben das schon schön hier in den Karton umgeballert, immerhin. Es läuft auch anders. Jetzt hast du ein ganz anderes Aufwärm-Feeling. Aber wir können auch direkt durchstarten, weil wir sind ja nicht hier, um das Aufwärm-Spiel zu zeigen. Außerdem wird es ja eh nur peinlicher, ne? Ja, ich verstehe gar nicht. Warum schießt er so weit? Hast du so überdreht? Ich habe jetzt aber auch gar nicht gelesen genau, was ich machen musste. Auf jeden Fall, die Aufwärm-Spielchen sind verändert, damit man sich hier ein bisschen besser eintrainieren kann. Hier sehen wir die Mannschaften Chelsea gegen Arsenal, Timbo gegen Sarrazin. Das neue Interface hier muss ich mal ein bisschen genießen, mal genauer anschauen. Das habe ich hier alles wirklich noch gar nicht gesehen. Für mich ist das komplett neu. Grafik kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Nee, also es ist jetzt auch die Playstation. Wir werden übrigens die echte Saison auf dem PC anfangen diesmal. Wir haben uns extra für Gamepads geholt, weil da ist die Grafik einfach noch eine ganze Ecke besser. Und deswegen haben wir uns überlegt, werden wir die PC-Version spielen. Das hier ist jetzt hier die Playstation 3-Version, die wir jetzt einfach mal reingehauen haben, weil die PC-Version sowieso erst dann zum Release, zum Offiziellen aktiviert werden kann. Das sind einfach wunderbare Szenen, wie man sie liebt, als Sportkommentator. Ja, das ist Atmosphäre hier natürlich. Ich sehe sehr viel Blau-Weiß. Ich frage mich, ob auch Londoner mitgereist sind oder ob ich da jetzt völlig allein auf weiter Flur bin. Ich meine, es sind ja beides Londoner, wenn du willst. Ah ja, stimmt. Chelsea ist natürlich auch Londoner. Das ist ein Städte-Derby vom Feinsten und das gibt es auch nirgendwo anders. Vielleicht bei Atletico Madrid und Real Madrid. Ja, wenn wir Glück haben, vielleicht auch nächstes Jahr wieder in Köln. Fortuna gegen den 1. FC in der 3. Liga. In der 3. Liga. Da muss man leider lachen. Wir schmunzeln ja, wir sind ja eigentlich große FC-Fans. Aber wir haben dann ja eine Umfrage gestartet, kürzlich hier nochmal die Aufstellung. Eine Umfrage gestartet, kürzlich, was wollt ihr eigentlich sehen? Und die meisten haben für eine eigene Mannschaft gestimmt und dem wollen wir nachgehen. Und jetzt Anstoß beim Spiel Arsenal gegen Chelsea. Das wird spannend. Gameplay-Feeling kann mir ein bisschen berichten drüber, ne? Ah, okay. Das hat schon mal gut geklappt hier gerade bei mir. Wunderbar. Es ist wirklich das erste Spiel, was Tim und ich jetzt zusammenspielen. Wir haben davor gar nicht gespielt. Also es ist wirklich das allererste Game. Und das läuft schon super. Wunderbar. Oh, Alter. Du hast ja mehr Glück als Verstand. Ja, aber mehr Glück als Verstand dabei, das stimmt. Hazard. Siehst du, Hazard. Dem ist Verlass. Ich muss erst noch mit den Knöpfen hier ein bisschen zurechtkommen. Verstehe ich. Das ist ein bisschen ungewohnt anfänglich. Ungewohnt. Aber du siehst auch, der Ball klebt nicht mehr so am Gegenspieler. Der wird ein bisschen mehr weitergerollt. Ja, absolut. Oh, du hast ja noch gekriegt, das ja. Was ich eigentlich sehr geil finde, ne? Kommt ein bisschen mehr Realismus rein ins Spielgeschehen. Schöne Flankenchance. Und er probiert es und... Oh! Was war denn da los mit Giroud? Der macht aber normalerweise im Schlaf. Und Peter Cech, der Mann mit dem Helm. Bei Arsenal. Äh, bei Chelsea natürlich. In diesem Fall. Aha, hier werden nochmal die Bälle nur weggesperrt, statt weggeköpft. Das ist auch interessant. Ja, das sind so ein paar Kleinigkeiten, die immer bei jedem neuen FIFA zum Vorschein kommen. Pro Revolution, das neue habe ich übrigens noch gar nicht ausprobiert. Habe ich aber auch gutes Lüge gehört, muss ich sagen. Ähm, allerdings ist FIFA für mich einfach auch der Vorreiter, weil es einfach die bessere Lizenzgeschichte und so was alles hat. Lass dann mal los, da vorne. Mann, Mann, Mann. Los, Lukas Brolski. Wieso bin ich so langsam ohne Ball? Wo beschleunige ich nochmal? Das weiß ich auch gerade, doch. L, äh, 1. Ne, L2 war es. L2? Oder war es nicht L2? War es so, äh, so auf unseren Tasten, auf unseren Tasteneinstellungen ist das L2 gewesen, ne? Ja? Oder war das R? Ne, das war L, ist Spielerwechsel. Ich muss mich auch erstmal wieder einspielen hier, Alter. Du kennst ja überhaupt nicht mehr. Jawoll! Schön, schönes Tor. Santi. Santi Casola, den ich ehrlich gesagt nicht kenne. Man mag mich steinigen dafür. Tastion ist unglaublich, weil wir auch so die Steuerung voll drauf waren, ne? Wäre das Tor hier von Fridolin Schlömpel erzielt worden, ich würde hier an die Decke springen, aber, naja. Ja, wir müssen erstmal noch ein bisschen auch in die Steuerung reinkommen, ne? Ja, ich auch, absolut. Ne, also ich bin da noch nicht ganz, äh, drin jetzt. Vor allem, man merkt schon, ich kann's noch nicht genau benennen, aber es sind schon Unterschiede, auch im Gameplay im Gegensatz zu FIFA 12. Oh, siehst du, wie du den jetzt gepresst hast, den Ball auch, war interessant. So nach vorne gedrückt. Ich weiß immer noch nicht, wie ich, wie ich beschleunige so richtig. Ich komme mir auch extrem langsam vor. Oder ist der am Beschleunigen? Ich meine, ich drücke hier die ganze Zeit mal unsere Beschleunigungstaste. Jetzt probiere ich's mal aus. Ne, der ist doch nicht schnell. Ne. Aber ich komme auch nicht hinterher ohne Ball. Ah, schade. Es ist ganz schwach, das Aufbauspiel von Hasel. Ah, okay. Es ist, ja, ja, äh, unten. Also, R2. Warum sage ich dir das eigentlich, das Spiel auch heute gegen dich? Aber es ist ja nur ein Freundschaftsspiel. Wir wollen ja eigentlich nur mal kurz uns einspielen. Wir werden danach wahrscheinlich auch noch ein, zwei Trainingsspiele machen, bevor wir mit dem FC Nürnberg loslassen. Ja, definitiv. Also, ich muss absolut reinkommen. Sie sind schon die ersten Kommentare, die ich gerade sehe. Oh mein Gott, sei das schlecht. Das stimmt. Aber wir durften das Spiel immer ein paar Tage vor dir zocken. Ne, 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 ne. Oh Gott, wie langsam bin ich denn da? Der ist rüber passen. Wir müssen natürlich, um den Ausschlag zu erzählen. Und so langsam wird es spannend. So langsam kommt man rein. Ja, so eine Abwehr komme ich absolut noch nicht rein, wenn ich ehrlich bin. Wunderbares Spiel. Oh, das hätte bei FIFA 12 auch gar nicht gekostet. Klappt so schnell? Muss ich einfach mal so sagen. Jabi. Podolski, der gute Lukas. Wo passt er denn hin? Aber ich gehe es nicht zu weit nach vorne. Gelegt das Ding. Oh, was ist da los? Ah, das Wochenende am Foul. Ja, deutlich. Ja, schön. Nein. Das gibt es doch gar nicht. Tschechien hat wieder super aufgepasst. Das gibt es doch gar nicht. Weitere Ecke für Chelsea. Ja, die war schon besser gelungen. Ja, da merkt man aber, dass da vorne so ein Drogba fehlt bei Chelsea. Ja, der war ja früher mal da, ne? Ja, bis zur letzten Saison. Hat er noch zum Champions-League-Sieger gemacht in München. Ja, darüber will ich jetzt nicht sprechen. Also, das war wirklich so eine Aktion. Ich weiß nicht. Richtig zum Sieger hat er sie ja auch nicht gemacht. Das waren ja die Elfmeter, ne? Die letztendlich entschieden haben. War das doch? Ah doch, das war sogar der Elfmeter. Ja. Wahnsinn. Obwohl hat er ja dann schon irgendwo auch entschieden. Klar. Ja, er hat auch den Ausgleich in der Verlängerung gemacht, ne? Schön. Schönes Ding. Und kann das was werden? Oh, legt er sich nieder da im Strafraum. Was soll das denn? Sagner. Jetzt am Ball. Ich muss noch ein bisschen konzentrierter hier spielen. Dann sagen wir es gar nicht mehr. Ja, man muss sagen, also, was sind denn deine Eindrücke bisher? Ja, meine Eindrücke sind, ich komme schwer ins Spiel. Ich kann wirklich nicht genau sagen, wo jetzt die Änderungen im Gameplay sind. Das wird wahrscheinlich im Laufe der Zeit deutlicher werden. Aber es macht zumindest Spaß. Es ist jetzt nicht so, als wäre es Lamer geworden oder so. Was ist hier los? Das kann doch nicht wahr sein. Oh, nein. Und da tingelt der Ball hier vorbei. Deutliche Überlegenheit von Chelsea, hat sie aber trotzdem noch 1 zu 0 für Arsenal. Das geht doch nicht klar. Da muss was dann getan werden. Oh, der ist dir durch die Beine gerollt. Das fand ich aber gut. Das sind so Sachen, die sind gut. Weil der nicht mehr so am Fuß klebt. Das war nämlich unrealistisch. Und jetzt ist er ein bisschen mehr wieder in Richtung Simulation gegangen fast, würde ich sagen. Oh, schönes Ding. Kriegt er aber nicht. Was macht Timbo da mit dem Torhüter? Wagt sich ganz schön weit raus in einer Situation des Spiels. In dem das Polster noch lange nicht so groß ist, wie es sein sollte. So, jetzt aber. Komm. Muss man was gehen hier. Ach, du Scheibenkleister, Alter. Schön. Auch sah interessant aus. Wer noch hergeholt hat. Und grafisch ist es schon einen Tappen besser, oder? Müssen wir mal den direkten Vergleich sehen. Natürlich kommen da auch ein bisschen so die Konsolen ans Limit, ne? Muss man ja auch mal sagen. Playstation 3 ist ja nicht mehr das jüngste Ding. Wird wahrscheinlich bei FIFA 2014 dann, falls die Playstation 4 und die Xbox 27 dann erscheint, wird das wahrscheinlich nochmal eine Änderung nehmen. Jetzt Hazard. Kann ja was draus machen. Ah, probiert den Ball durchzunehmen. Das war aber vorher auch schwach von der Arsenal-Abwehr. Nicht ganz komisch gelaufen. Ah, dieses Durchlassen, das muss ich noch lernen. Das mache ich im Moment noch viel zu viel. Das bringt natürlich nur selten was. Aber ich bin in Führung, immerhin. Ich bin froh, dass ich ein Torschuss hatte und ein Tor. Ja, glücklich. Das ist glücklich gelaufen für dich. Ne, du hast aber zwei. Du hast auch noch so Kopfball. Also es war eigentlich ganz gut. Drei sogar. Also so unterschiedlich war das Match jetzt gar nicht. Ne? Okay, dann machen wir weiter. Hier, nächste Runde. Wir wollen nicht groß vergleichen. Wir wollen einfach mal spielen. Wie gesagt, euch so ein kleines Freundschaftsspiel jetzt. Das ist nicht wirklich mit unserem Let's Play verbindbar. Das ist einfach nur so ein bisschen Ersteindruck. FIFA 13. Vom Timbo vor allem. Weil ich hatte es ja schon gespielt auf dem FIFA-Event. Und auch mal gegen Exhibit habe ich ja so mal auch gespielt. Ach ja, ich erinnere mich. Hatte ich auch FIFA 13. Habe ich ihn besiegt? Entschuldigt mir jetzt noch 500 Dollar. Der Exhibit. Der Rapper, wer ihn nicht kennt. Der Rapper Exhibit. Axe. Besonders bekannt ist ja durch Pimp My Ride eigentlich, ne? Jawoll. Ja, mit Theo Walker. Du hast aber eine konsequente Torausbeute. Wenig Chancen. Muss man mir lassen. Aber eine konsequente Torausbeute. Ja. Theo Walker, also den merke ich mir. Mit dem kann man ruhig mal draufpellen. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt muss ich aber tun hier. Muss ich mal etwas ändern hier im Stadion. Ja, jetzt musst du eigentlich schnell mal den Anschlusstreffer finden. Ja, aber deutlich schneller als eben. Aber es waren ja Chancen vorhanden. Aber schöner Schuss. Ja, hat auch zu viel Platz. Hat auch zu viel Platz. Muss man sagen, da muss ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr in die Offensive gehen. Oh, das ist natürlich... Oh, natürlich bittere Pille jetzt hier. Für die Chelsea-Bursche. Oh Gott, ist das gut verteidigt. Er hatte noch das Bein dazwischen. Ja, war ordentlich. War echt ordentliche Arbeit. Aber jetzt hier. Lämpert. Der hat die Lämpen brennen. Ey, ich wollte gerade meine Taktik umstellen. Scheiße. Naja, das bringt ja nichts. Sehr offensiv, mach ich mal gerade. Ist natürlich jetzt die Konterchance für dich. Aber irgendwas muss ich ja unternehmen. Irgendwas muss ich ja machen. Schön. Ramirez. Ramirez. Immer noch am Ball. Ramirez. 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 Wunderbar. Und er ist drinnen. Das 2-1 über Fernando Torres. Der Anschlusstreffer. Fernando Torres. Fernando Torres. Ein Tier. Ein Tier in mir. Turm von Chelsea London. Gefährliche Tier Spanien. Espanien. Oh, jetzt wird es aber noch mal ganz brenzlig hier für mich. Jetzt wird es noch mal brenzlig. Und Tschechien war wieder dran. Wahnsinn. Ja, der ist ein guter. Ja, der ist ein guter. Hat doch schon eine gute Leistung her. Aber das Spiel wird noch spannender jetzt hier in diesem Moment. Und so langsam kommt da Schwungenhütte. Und man gewöhnt sich auch an die Steuerung. Das sind so ein paar Sachen, wo man sich erstmal wieder einspielen musste halt. Was denn? Das war doch ein Traumpass. Ja, war es auch. Aber kam zum Glück nicht an. Mann, Mann, Mann. Ich bin sehr nur gefreut. Ist das Abseits? Nee, ist kein Abseits. Ach, doch nicht da hin. Da wollte ich natürlich nicht hin. Huch. Interessant. Interessant gemacht hier. Diese Aktion. Ja, er klebt wirklich nicht mehr am Fuß. Also der Ball, du kannst nicht mehr so krasse drücken. Ja, vertitscht schon ein, zwei Meter mal. Was auch gut so ist, muss ich sagen. Ja, absolut. Sehr realistisch. Wesentlich taktischerer Spielaufbau. Auch wenn man das am Anfang vielleicht gar nicht so gut findet, wenn man es jetzt objektiv mal betrachtet, finde ich es eigentlich ganz nice. Oh, Ecke. Erneut Ecke für Chelsea. Ich glaube, das ist die dritte mittlerweile. In der 62. Minute. Und er ist sehr gefährlich. Eckball. Oh, nochmal Ecke. Schönes Ding. Wird das 2 zu 2 jetzt hier. Könnt's das werden. Kopfball. Ah, zu überhastet von da hinten. Ah, das war nix. Das war einfach nichts. So, Abstoß. Weit in die Mitte. Ja, dass der auch nicht immer jeden blöden Ball mit dem Kopfball nimmt. Finde ich auch gut. Ja, finde ich auch gut. Das gefällt mir sehr gut. Schöner Hackentrick hier in dieser Situation. Wunderbar. Da unten ist jemand frei. Schöner Pass. Okay. Oh. Na, das ist ein schwerer Beifall. Aus dem ich mir eigentlich nicht mehr erlauben kann, wenn er in einer solchen Situation des Spiels. Ah, da ist Giroud ein Tick zu langsam. Ah, ne, Podolski war es. Das war Poldi. Ja, Bad Poldi. Also, oh. Da habe ich gerade einen sehr schlechten Fehlpass agiert. Boah, Alter. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Da geht es aber hinten ab hier in der Abwehr. Da wird schon gestochen und gefuchtet mit dem Füßlein. Das ist schon nicht mehr feierlich. Nein, wohin? Da wollte ich doch nicht hin. Ich wollte nach oben direkt. Heiliger Bim Bambino. Aber ich glaube, es war auch mein Fehler. Also, ich kann es nicht auf Spiel schieben, leider. Ich glaube, ich habe mich ja auch eben verdrückt, weil ich da kurz einen Moment vorher hochgelaufen bin. Soll nicht. Ah, soll nicht stören. Oh, Ladde. Ladde, Andi, Ladde. Schade. Andi, Latte ist auch ein ganz netter, der Andi, Latte. Oh, Foul. Ja, wollte ich sagen. Da habe ich schon schön den Füß sozusagen. Hast du gesehen? Da muss ich aufpassen. Ganz gefährlicher Lattenschussen, aber so ein Konter. Ui. Ja, den habe ich noch. Der ist noch heiß. Der ist noch richtig heiß. Der ist noch sexy. Und der ist... Oh, mein Gott. Mein Gott, was für eine Spannung hier im Stadion, liebe Damen und Herren. Kann da noch was gehen. Kann da noch was gehen für Chelsea, die jetzt natürlich Powerplay machen. Schön. Schön. Der ist noch... Der ist noch da, der Ball. Und der... Oh, mein Gott. Und Chelsea ist unten. Wahnsinnige Torhüterleistung. Wahnsinnige Torhüterleistung. Das bleibt spannend hier. Ah, da fehlt echt Druckball jetzt hier. Der ein bisschen Druckball macht. Ja, bei Chelsea. Abseits. Ja, habe ich auch so gesehen. Schade, schade, schade. Abseits, ja, hast du richtig gesehen. Ein knappes Abseits, aber Abseits ist Abseits. Ja. Okay, das haben wir jetzt gesehen, ne? Mehr brauchen wir dazu nicht. Und das gibt natürlich Abschluss. 79. Minute. Es kann noch was passieren. Da ist noch was offen. Für beide Seiten kann wieder noch was passieren. Die Abschläge sind auf jeden Fall sehr, äh... sehr anders als in FIFA 12, aber viel realistischer. Ja, das hat mich immer ein bisschen genervt, weil umso höher die größer die Leute im Mittelfeld waren, umso mehr konntest du da durchstarten. Es konnte sehr, sehr spielbeeinflussend sein. Ja, das läuft doch. Das Bällchen rollt. Langsam aber sicher. Ich bin mal gespannt, wann es für den FC Mugambe rollt. Nein! 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 Ohne, ob er rückpasst. Ja, ja, ja. Ungewollt. Wo wirft denn Jason hin? Oh, das gibt mir nochmal eine Chance. Das gibt mir nochmal eine Chance. Oh Mann, bin ich nervös. Ja, ein Tor hätte ich auch mittlerweile verdient für mich. Ja. Der Anschlusstreffer. Also jetzt rein. Nein! Warum durchgelassen? Schön hingelegt. Und wieder ein Tor. Was ist denn los? Oh Backe. Und trotzdem ist Arsenal in Führung. Aber sie werden nervös. Der andere Verein aus London wird nervös. Schön durch die Mitte. Ja, so wollen wir das sehen. So wollen wir das sehen. So wollen wir das sehen. So genau. Oh, schade. Im kurzen Moment vor dem Schuss. Abgeblockt worden. Von der Defensive. Defensive. Vor allem Defensive von Arsenal natürlich. Mikkel, Diaby. Die liefern sich da ein Duell. Leider immer noch Arsenal am Ball. Und da ist die Nachspielzeit. Wird es ein 2 zu 1 für Arsenal in London? Der Glücksbringer, Lukas Podolski, auch wenn er nicht getroffen hat. Oder wird es sogar ein 3 zu 1 vielleicht? Der Ball ist heiß, aber die Abwehr ist zur Stelle. Und der Ball geht nochmal schnell nach vorne. Kann da noch was werden? Jetzt hier, Chelsea mit dem Konter. Der muss aber abpfeifen jetzt. Der wird eingeläutet. Der wird eingeläutet. Und der Ball ist noch heiß, liebe Sportsfreunde. Der muss aber abpfeifen. Macht Chelsea da. Der geht noch durch, der Ball. Der ist noch heiß. Aber. Jawoll. Da wird abgefiffen. Was für ein Match. Aber. Ganz, ganz spannend. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Timbo. Es war natürlich, ich hatte mir natürlich gewünscht, dass ich da noch den Ausgleich erzähle. Und vielleicht. Ja, der war absolut drin. Wäre sogar gerechtfertigt gewesen. Ja, gerechtfertigt. Wie gesagt, noch zumachen können. Aber naja. So ist das im Fußball. So nicht anders. Man kann halt auch nicht immer gewinnen. Es war auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Wir wollten eigentlich einfach mal zeigen, wie es denn hier so abläuft bei Let's Play FIFA 13. Mein kleines Freundschaftsspiel gestartet. Und ich finde, es hat sich gelohnt. Springen wir weiter. Highlights. Ein paar reinziehen können wir uns auch noch hier. Ja, Cechni natürlich überragend bei mir. Cechni war unglaublich. Und Cech auf der anderen Seite. Auch eine starke Partie. Ja, okay. Aber den Herder hat zum Beispiel, das sagt ja ein bisschen alt aus, ja. Ist auch ein bisschen alt. Ja, mittlerweile hilft auch nicht mehr das Helmchen, ne. Lord Helmchen. Ne. Ja. Das hat er sich ja eigentlich ursprünglich mal angezogen, weil er viele, viele Kopfverletzungen hatte. Also so lustig jetzt als Hintergrund ist es eigentlich gar nicht. Äh, das hat er jetzt sicher. Fernando Torres. Ja, schönes Tor gemacht. Aber, boah, Walcott mit einer 9,0. Ja, der hat sich vorhin auch wirklich gut freigelaufen. Und das muss man natürlich erst mal gebacken bekommen. Ja, liebe Sportsfreunde. Das war's auf jeden Fall von diesem kleinen Freundschaftsspiel von Let's Play FIFA 13. Wir werden euch in Kürze dann auch mit der richtigen Saison beglücken. Dem FC Mugambe. Mit der PC-Version werden wir durchstarten. Und das wird ein komplett eigenes Team. Mit eigenem Logo, mit eigenem Trikot, mit eigenen Spielern. Wird auf jeden Fall geil, oder? Ja, ich glaube, zumindest von der Mannschaft her wird das eine ganz legendäre Saison diesmal. Ich glaube auch. Ich glaube, es wird die legendärste ever. Ja, ich bin gespannt. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Gute Mannschaft. Natürlich haben wir die Spieler, haben wir so im Radius 78 bis 81. Ich glaube, sowas kann man schon mal verraten. So von der Stärke her. Also 78 bis 81 Prozent. Und ich denke mal, das reicht auch dann, weil wir werden ja Bundesliga spielen. Da müssen wir uns natürlich behaupten können. Aber können natürlich nicht nur Todesstöße versetzen. Nee, das auf keinen Fall. Also gegen Bayern und Dortmund sehen wir, glaube ich, immer noch relativ alt aus. Aber vielleicht können wir das ja kompensieren dadurch, dass wir gut ins Spiel finden und ordentlich bei FIFA 13 spielen. Ja, liebe Sportsfreunde, das war es soweit von uns. Bei uns geht es dann schon sehr bald weiter mit dem offiziellen Saisonstart von Let's Play FIFA 13 mit dem FC Mugambe. Ich wünsche euch noch einen super Tag. Bis dahin. Ich auch bis dann. Bleibt dann bald.